Welche haben sie denn noch einstudiert? Alle. Ehrgeizig. Entschuldigung, ich habe hier reserviert. Warte kurz, ja? Wie fühlst du dich denn auf? Entschuldige dich. Komm mal. Sie vergeuden hier gerade unser allerzeit. David, gehen Sie mal bitte in den Flügel. Da ist der deutsche Wundergrabe. Wollt der kotzt immer vor seinen Wettbewerben. Willst du dich hauen oder was? Das klingt mir alles zugleich. Ist langweilig. Sie haben einen völlig unkonzentrierten Eindruck hinterlassen. Wenn Sie so anfangen, dann kann das nichts werden, David. Es geht hier nicht nur um Sie. Marie! Jeder verpisst dich doch! Sind Sie nicht im Tempo? Und anziehen? Hopp! Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020